hey leute ich hoffe man hört meine stimme jetzt auch der hat auf elgato stimme gemacht so what the fuck warum ja jetzt bin ich echt kacke wehten oh nein ach ja hier zu mir leid ist das kein muss erst mal den typen ich bin im arsch kann man, äh kann man nicht wo ist der ah hier bei der schlüssel ok oh nein oh nein was kommt denn der typische oh 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 so für dich habe ich was spezielles oh nein erleckt mich doch man das geht auch nur weg wenn ich die scheiße einh so jetzt haben wir es aber so jetzt so aus oh so eine seite und was macht das was 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 hey hast du das da unten hey Ich kann noch nie mehr, gib mal her Nice! Ich vergesse mal die Späschirmusse mal einzusetzen, das vergesse ich immer wieder. Die haben ja mit sie. Haben wir hier irgendwie ein Secret gehabt? Nein. Ah, das waren die zwei Bosskämpfe? Okay. Äh, nicht Bosskämpfe. Äh, zwei Arena Kämpfe. Danach kommt noch einer, sieht man. Und dann noch einer. Da sind irgendwie zwei Abschweifungen. Einmal da und einmal da lang. Ich bin gespannt. Es gibt ein Tor auf Irving, das zur Erde zurückführt. Aber zur Aktivierung müssen wir die Teleporter eine neue konfigurieren. Und zwar schnell. Das Eiken auf Finn wird immer mächtiger, je länger es auf der Erde ist. Ja, aber wir haben noch ein paar Zeit, ne? Ein paar Zeit, genau. Ich nicht Deutsch. Ein paar Zeit haben. Mach mir sowas. Hei! Akaramba! Oh! Let's get you up! Let's get you up! Let's get you up! Wah! Ja, könnte aber. Oh, Alter! Mach mir mal auf die Kette. Na, Tür geht nicht auf. Klar geht erst auf, wenn die alle weg sind. Oh, jetzt ist er dicker. Oh nein. Ich hasse dich, ich hasse dich. Nein, ich will den, ah! Oh, der ist weg. Leck mich am Arsch. Jetzt zeig dich doch mal. Oh, der ist so lästig, ne, der Typ? Sein scheiß Köter. Boah, ist der lästig. Fuck. Fuck. Fick dich doch! Ah, wegen dir hab ich das vier... Alter, aber schon fischstisch. Dein scheiß Köter kannst du mitnehmen. Jetzt geh doch drauf! Oh, leck mich doch am Arsch. Ist das ein lästiger, verkackter Typ. Stürb! Drecksau, Alter. Wie viel dir aushält, ne? Geht mich am Arsch. Fehl nur zwei. Ah ne, da. System erhalten. Setze nun kurz Richtung irdischer Dimension. Ich ver... Ich ver... ...steh... ...dings... ...bin ich... ...er Vater dabei. Schnell, richte die anderen Televateringe aus, bevor es zu spät ist. Das Tor muss wieder aktiviert werden. Je länger das Auge auf der Ende ist, desto stärker wird es. Ich... ...seid du gut, ey. Ich fiel mir dein Life. Och, nö, ne? Oh mein Gott. Wir haben jetzt zwei, ne? So. Oh, das ist ein Fragezeichen. So. Wir müssen das. Unten. Genau unter mir. Oioioi. Oh! Kann... Mark hier. Hä? Da. Die wird mir schon noch Bosskampf, oder? Und das Ding auch. Also, zwei Bosskämpfe stehen eigentlich bevor. Da hab ich ja genug Bock. Hä? Was war das? Ah, das war ein Typ. Aber da müssen wir die Schnellschusswaffen. Oh nein! Nehmen wir es wieder so ein. Neck mich doch am Arsch. Oh! Oh! Hey, wo bin ich? Lol! Steckt der irgendwo fest? Einen Baum, oder so? Ja, übertreib doch mal! Habt ihr gesehen? Junge! Junge! Übertreiben! Aber sowas von... Sonst geht's ihm noch gut, den Entwickler, oder? Ah, die gibt mir auch einen Satz, oder? Ey, da seh ich nichts mehr! Alter! Ich seh nichts mehr! Ich seh nichts mehr! Nein! Fuck! Boah! Junge, 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 Junge! Jetzt aber los, Sian! Ne? Boah! Ne bessere Waffe! So, komm! Spawner! Beschissenes Vieh! Voll aufm Kopf! Komm! Schräg! Uso! Yes, seh amin! Junge Eita! Junge, Junge, Junge. Oh, wir haben ja hier noch so'n Dingens. Hätt' ich das gewusst. Kleiner Pisser. Wir Gegner immer von ganz weiten, random treffen, ne? Und die Musik, Alter, ne? Die geht mir so aufm Slip. Soll ich aufm Slip gehen, oder? Was war das? Keine Ahnung! Okay. Das sind zwei Dinger. Da geht's noch nicht rein. Ich geh erstmal nach da. Ach! Hallo! So, ne Seite. Side by Side. Und hier ist noch nichts. Oh, da oben ist ne Fragezeichen. Oh, da stehen. Hä? Da waren wir doch grad. Loy. Oh! Das haben wir markiere Drohne. Da kommen wir doch nicht rein. Also, links oder rechts? Ich geh nach rechts. Opfert die Karmaker die Erde nicht den Dämonen. Wird ihre Welt sterben. Hä? Geil! Ein bisschen zu weit gesprungen, ne? Nein! Ich hab da nur keinen Sprung mehr frei. hoppe, hoppe. Bam, 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 bam! Ach, Junge! Wie bin ich auf die... UIA! Nein! Boah! Nein! Nein! Oh nein! Ich blöd, Kopp! Ich hab die nächste beste Waffe genommen, ne? dann sowas dumm alter voll verschwindet jetzt verwenden können eyda eyda hier oh ja 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 junge übertreibt doch mal oder übertreibt doch mal ich hab auch leicht im übrigen alter ihr seid doch welche übertreiber warte mal ich hab auch leicht oder nein abbrechen boah alter ich hab auch leicht er ist so doof um den zu verletzen dummes wechsel doch wechsel doch warum wechselt der nicht automatisch ich warte oh ich hab keine schwerte mehr wie kann man das schwert nochmal einsetzen huh was das denn im film nie wie kann man das scheiß fucking schwert einsetzen ich hab echt null ahnung oh nein das ist nicht würdig hier nein das ist das ist wie kann man das das ist das ist das ist die hier also geht mir das schwert Was ist wieder? Aha. Was ist das Ding? Was ist das Ding? Was ist das Ding? Oh, ich hatte jemanden. Oh! 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 Das fand so geniegend nicht kaputt, hm? Komischerweise. Ah, ist offen. dies polen offen so alter schwede ist da man ab warte mal das griechen holen wir nehmen was wir bekriegen können ja da oben fuck das spielt nur einmal ich nur einmal springen das nützt nichts ne das ist schon so gemacht dass man nicht mehr wieder hinkommt alles klar danke spiel tschüss dann halt nicht jetzt können die dämonen das nichts durchqueren wie nie zuvor du brachtest ihren volk und diesem heiligen ort ewige verdammt doch es war anmaßend von ihr das eiken hierher zu bringen hat das paradies zerstört so knapp kackse 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 ich wollte mich selber nach vorne so so okay ist das so ein strahl der dann durchführt oder was sieht so aus das kann man sich beim fahrstuhl immer sich bewegen ist irgendwie komisch hallo schade ich habe keinen schlag mehr frei wie viele postkämpfe kommen denn noch könnten von dana da oder das geht bestimmt nicht also wir haben noch was heißt also was heißt boss kämpfe arena kämpfe hätte die ne eckermann nicht gemacht ach da müssen wir auch hingucken das ziel also eins haben wir noch auf jeden fall oh da ist noch ein punkt jonge oh was ist das denn oh mein gott das ist ein bosskampf das ist ein bosskampf ansonsten haben wir alles ne eins ein bosskampf wird uns angezeigt woher ist und da war wie ein zieht gut auf der rechten seite auf der rechten seite also die unsichtbaren von denen von der art na also unsichtbar war die figur aber nicht so jetzt versuchen wir mal der rechts rum zu kommen äh fuck warte ich töte mich oder werde ich direkt wieder gespawnt wenn ich mich am arsch bin scheiße das ist natürlich nicht so gut den ganzen weg wieder dahin laufen ey ach nein ich muss das auch noch machen warum oh 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 dann ja das ach oh 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 es bleibt offen so das mache ich auch keine umwege mehr der sieg so scheiße we Okay. 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 Geht ihm jetzt hier lang, ne? Oh nein. Aber es ist irgendwo so ein Ding, ne? Ähm. So. So. Wehh. Wehh. So schneid ich mal durch, ne? Was macht die denn alle hier? So. 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 So.